Tja, verdient, das ist doch ein Stichwort. Wenn Sie mitgespielt haben, vielleicht haben Sie sich auch einfach den Hauptgewinn verdient. Heute ist der 12. April 2024. Und es geht darum, dass Sie mitgespielt haben, den Spielschein parat haben und jetzt genau wissen, was Ihre Ziffernfolge ist. Die sog. Los-ID. Hier kommt sie. Die Los-ID für den Hauptgewinn lautet heute 329 029. 329 029. Herzlichen Glückwunsch. Und auf dem Gewinnerschein steht eine Postleitzahl. Das interessiert ganz viele Menschen. Es ist eine Postleitzahl aus dem Marburg-Biedenkopf-Kreis. D.h. alle, die das ebenfalls haben, haben auf jeden Fall gewonnen. Darüber hinaus gibt es viele andere Gewinner in Hessen. Hier sind die Quoten. Der Hauptgewinn, das sind heute 20.334 Euro. Dann gibt es 2 mal 2.500 Euro, 10 mal 500 Euro, 105 mal 50 Euro, 508 mal 10 Euro und 2.034 mal 5 Euro. Und natürlich gibt es wie immer Geld für Umweltprojekte. In diesem Fall geht Geld in den Land. Dillkreis, die Bienen-AG der Westerwaldschule, freut sich ganz bestimmt über 5.000 Euro. Herzlichen Glückwunsch. Das other, uns sehen Sie auch noch. Ver icft. Di Monat und andere, die in Shoulder intensive Dei nehmen an, yt. , , , , , Vielen Dank.